Auf ein Bier, meine lieben Menschen da draußen und heute erwartet euch ein Thema, mit dem niemand von euch gerechnet hat. Ehrlich gesagt, wir selbst auch nicht. Es ist eines mal wieder dieser Themen, dass wir aus dem Nichts erschienen. Wir können kaum noch rekonstruieren, wie es dazu kam, aber es macht nichts, denn es stellte sich heraus, hier steckt eine Menge drin. Es stecken drin persönliche Erlebnisse, Abenteuer, Berufsgeschichten und seltsame Dinge, die auf Bildschirmen passieren. All das und viel mehr in wenigen Minuten. Feuer aber, möchte ich die Person nennen, die gemeinsam mit mir, ich sag mal, möchte ich es schon anteasern? Naja gut, es hat ja auch eine Überschrift. Also den Hochdruckreiniger auf Max gestellt hat und zwar Nora Bayer. Herzlich Willkommen. Hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir und sprechen über ein Spiel in wenigen Minuten, das durchaus vielen Menschen da draußen bekannt sein könnte. Es hatte Phasen, in denen hat gefühlt die ganze Welt dieses Spiel gespielt und zwar der Powerwash Simulator. Bevor wir aber zu dem kommen, frage ich, getreu der Tradition in diesem Format, lieber Nora, was trinkst du denn Schönes? Ich bin mal wieder sehr schnarchnastig unterwegs und ich trinke einen entkoffinierten Kaffee. Ich werde alt. Ich kann ja nicht, ich stille ja noch und wenn ich das mit koffiniertem Kaffee mache, dann habe ich heute gar keine Ruhe mehr. Entsprechend leider der entkoffinierte Kaffee. Ich möchte mein erstes Fleischsternchen, denn ich trinke Wasser, passend zum Spiel. Geht ein Raunen durch die Reihen? Okay, ich weiß auch nicht. Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist tatsächlich Wasser gezapft aus der edelsten Leitung hier in Hamburg. Ich werde nicht müde zu betonen, wie lecker das Leitungswasser in dieser Stadt schmeckt. Es kann auch an vielen anderen Dingen liegen. Ich habe ja vorher in Berlin gelebt vor Hamburg und habe da aber auch in einem Altbau gewohnt und wenn ich da Wasser aus der Leitung gelassen habe, da kam dann echt noch so ein Happy Meal Beigeschmack mit, so eine Mischung aus Rost und schlechten Träumen und das war alles ganz furchtbar. Und hier in Hamburg, jetzt ist halt der Zufall auch, dass ich gerade in einem Neubau wohne, ist alles natürlich frischer und neuer und gefühlt auch näher am Wasser und es schmeckt einfach so gut. Es ist wirklich Erfrischung pur. Ich weiß nicht, hast du eine Meinung zu dem Wasser, was aus deiner oder eurer Leitung kommt? Ja, das ist auch gut. Ich war jetzt ganz fasziniert von Rost und schlechte Träume. Da habe ich mir jetzt gedacht, das wäre so ein toller Romantitel direkt. Silent Hill im Grunde, oder? Silent Hill Fan Fiction, finde ich. Rust in Bad Dreams oder so. Ach, schön, dass da eröffnet sich mir gleich. Fantasiewelt gerade. Jetzt musst du mir nochmal kurz helfen, aus welcher Region schöpfst du dein Leitungswasser? Wo sitzt du gerade? Das ist Mittelfranken, also Nürnberg. Wo das jetzt genau herkommt, weiß ich gar nicht, muss ich sagen, aber es ist auch gut und ich glaube, es ist auch gut. Also es ist auch wirklich gut, es ist recht gesund, glaube ich, und wir trinken auch nur Leitungswasser. Zwei Minuten 54 länger lassen wir nicht dieses Gespräch strecken, wenn es nur um Wasser geht. Deswegen würde ich sagen, wir springen hinein in dieses wunderbare Thema der Powerwash Simulator. Wie gesagt, ein Spiel, das lange Zeit ein Phänomen war, weil es sehr, sehr viele Menschen gespielt haben, aber auch heute immer noch ein Spiel ist, das seine Fans hat, seine begeisterten Putzerinnen und Putzer, möchte ich fast sagen. Das erschien im Full Release im Juli 2022, hatte davor aber auch einige Monate noch das Early Access, landete also direkt in dieser Corona-Zeit. Und die allererste Frage, die mich natürlich umtreibt, ist, hast du dieses Ding damals gespielt? War das irgendwie für dich schon ein vertrauter Bekannter auf deiner Festplatte oder bist du jetzt in dieser Welt gelandet wegen dieses Podcasts hier? Nee, ich habe schon gespielt, allerdings nicht wirklich im Early Access zu Corona-Zeiten, also auch erst später. Ja, bei mir ging es komplett an mir vorbei. Ich habe nichts davon mitbekommen. Irgendwie habe ich es hinbekommen, dass diese mittlerweile, jetzt muss ich nochmal schauen, alleine auf Steam, über 40.000 Reviews, keine einzige davon hat meinen Briefkasten erreicht. Das war hier eine relativ neue Geschichte für mich. Und ich habe gestaunt. Ich habe, ich schlage vor, Nora, wir werden erstmal über unsere eigenen Erfahrungen mit dieser Tätigkeit uns auseinandersetzen, die man in dem Spiel macht, bevor wir dann ins Spiel reingehen. Ich habe auch schon im Vorgespräch erfahren, sowohl du hast spannende Recherchewege begangen, um dich diesem Phänomen noch weiter anzunähern, als auch ich. Ich sage mal, ich habe Experimente am Mensch durchgeführt. Auch dazu kommen wir später noch. Also wir haben uns versucht, von verschiedenen Seiten an dieses Thema anzunähern. Vorher, bevor ich auch frage, wie deine Beziehung zu dem eben ist, was man in dem Spiel macht, will ich mal ganz kurz die Leute ins frisch geputzte Boot holen, die gar keine Ahnung haben, was sich hinter diesem, also ich muss ja fast sagen, mysteriösen Titel, Powerwash Simulator sich verbirgt. Es ist im Grunde ganz einfach, wir werden später nochmal ins Detail tiefer einsteigen, aber im Grunde ist es ein Hochdruckreiniger-Simulator. Also das sind diese Gerätschaften, die mit starkem Wasserdruck Wasser aus gewährartigen Instrumenten schießen lassen, um Oberflächen zu reinigen. Und dieses Spiel dreht sich exakt darum. Es geht im Grunde wirklich nur darum, an verschiedenen Orten mal große, mal kleine Räumlichkeiten, Spielplätze, offene Bereiche oder auch einfach nur ein Fahrrad zu reinigen, zu befreien von Schmutz mit verschiedenen Aufsätzen, mit verschiedenen Sprühevorrichtungen. Das ist es. That's the game. Da steckt noch ein bisschen mehr drin, dazu wenn wir kommen, aber vorher würde mich mal interessieren, Nora, du und der Hochdruckreiniger, gibt es eine gemeinsame Geschichte oder hat dich dieses Spiel an dieses Instrumentarium herangeführt? Also ich sage mal so, ich mag es, wenn es sauber ist. Ich bin kein Riesenfan von der Tätigkeit des Putzens, so geht es wahrscheinlich vielen da draußen. Hochdruckreiniger, ja, haben wir jetzt tatsächlich erst unlängst einen angeschafft, weil wir eben das Problem hatten eben mit so einer Holzterrasse, die irgendwie seit vier, fünf Jahren nicht gereinigt worden ist. Und da haben wir uns jetzt drüber gemacht. Und das ist schon sehr befriedigend. Hochdruckreiniger, es ist ja wirklich faszinierend. Da muss ich dann gleich nochmal fragen, wie ihr diesen Einkauf da getätigt habt, nach welchen Kriterien ihr da vorgegangen seid, weil da gibt es ja eine ganze Menge an Auswahl. Ich kannte dieses Instrument noch aus meiner Kindheit. Meine Familie hatte sich mal einen angeschleppt und damit durfte ich dann auch irgendwas putzen. Und dann erinnere ich mich noch richtig gut daran, mit was für einer Gewalt, mit was für einer Kraft dieses Wasser da aus diesem Gerät hinausschießt. Man kann sich es ja kaum vorstellen, wenn man das heute nicht mehr irgendwie selber mal benutzt hat. Das ist wirklich eine gewaltige Kraft, die dahinter steht. Und es hat damals als Kind, das weiß ich noch, aber könnte natürlich auch diese kindliche Begeisterung für alles, was irgendwie Technologisiertes ist gewesen sein. Das hat schon eine Menge Spaß gemacht. Und dann als Kind habe ich dann dieses Kapitel hinter mir gelassen, irgendwann als ich dann älter wurde. Und heute, und da würde mich auch mal interessieren, ob du das mitbekommen hast, sind Hochdruckreiniger weiterhin Teil meines Alltags. Und zwar in Form von viralen Videos. Es gibt auf Insta und anderen sozialen Plattformen, gibt es Videoreihen, in denen es darum geht, dass vor allem Teppiche gereinigt werden. Und ich bin mir sicher, die Chancen stehen hoch, dass zumindest ein großer Teil der Leute da draußen diese Videos schon mal gesehen haben. Man kann sich das wirklich so vorstellen, in einem leichten Zeitraffer beschleunigt, sieht man, wie eine Person aus der Vogelperspektive heraus einen wirklich eklig, dreckigen, riesengroßen Teppich auf den Boden knallt, in so einer Art fast schon Fabrikhalle vielleicht. und dann in verschiedenen Arbeitsschritten mit unterschiedlichen Zusätzen und Seifen und so weiter mit dem Hochdruckreiniger nach und nach und nach diese Schmutzschichten abträgt. Und diese Videos gehen regelmäßig viral mit Millionen von Zugriffen, weil Menschen, und da werden wir nachher noch mal drauf eingehen, auf die Faszination, offenbar gerne dabei zuschauen, wie Dinge mit, in dem Fall einem Hochdruckreiniger, gereinigt werden. Kennst du diese Videos? Die Videos kenne ich nicht, aber ich kann es total nachvollziehen, weil es ist wirklich so ein richtig befriedigender Moment zu sehen. Also bei uns bei der Terrasse war es eben auch so. Die war teilweise schon übermoost und wirklich dunkelschwarz, also echt so wie im Spiel auch. Und das zu sehen, wie das dann wieder an Farbe gewinnt, wie da die Farbe wieder rauskommt, wie das dann sauber wird, das ist schon cool. Also das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Und wir hatten halt uns informiert dazu, wie teuer es ist beim UBI, glaube ich, oder bei war oder so, war es da halt einzuleihen. Und dann war das auch schon recht teuer und so. Und dann haben wir beschlossen, jetzt kaufen wir einfach einen. Und den kann man ja immer mal wieder brauchen für diverse Dinge. Kannst du uns mal deinen Hochdruckreiniger so ein bisschen vorstellen? Wie, was ist das für ein Ding? Ich sehe nämlich hier auch gerade, ich bin nochmal in einem Online-Shop, der sich spezialisiert auf Hochdruckreiniger. Sachen gibt es. Und da hast du ja Preisreichweiten von 50 Euro bis hin in die 400, 500, 600 Euro Ebenen. Wie sieht euer Hochdruckreiniger aus? Damit wir uns mal diesem Gerät so ein bisschen annähern können. Jetzt muss ich mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall einen Kärcher. Frag mich jetzt nicht genau. Und Gelb. Oh Gott. Das ist natürlich alles sämtliche Klischees, oder? Nee, aber der war, ich glaube, um die 150 Euro teuer. Genau. Also so im unteren Bereich. Ja. Und jetzt auch erst, also wirklich super frisch. Wir haben das jetzt vor einer Woche oder so gemacht. Und hat super funktioniert. Und jetzt muss man dann halt noch, ich habe noch so einen Entgrauer gekauft. Da muss man halt jetzt nochmal zusätzlich drüber gehen und nochmal einen Reinigungsdurchgang und so. Also das ist sehr spannend. Wie viele Aufsätze hat das Ding? Also wie viel Spielzeug noch so drumherum? Ich glaube zwei oder drei oder so. Ja. Vielleicht sollten wir an der Stelle übrigens auch sagen, dass Hochdruckreiniger nicht für den Gebrauch im Innenraum gedacht sind, sondern ausschließlich draußen. Nicht? Ja, ja, ja. Und auch bei manchen Dingen im Spiel auch. Also zum Beispiel auf keinen Fall an Fahrrädern. Das hat mir als Fahrrad-Fan, sage ich mal, ganz, oi, oi, da kriege ich dann das Grausen. Also das auf keinen Fall. Also man soll ja auch nicht Fahrräder ab, überhaupt nicht. Also nicht nur mit dem Hochdruckreiniger, auch nicht mit einem extremen Wasserstrahl vom Gartenschlauch schon nicht abspritzen. Weil die Einzelteile sind ja immer geölt an den relevanten Stellen. Und dieses Öl soll ja drin bleiben eigentlich. Also das machen auch viele Leute falsch. Das nur so als Tipp aus dem Fahrrad-Universum. Ja, sehr gut. Da haben wir, glaube ich, jetzt viele Schadens, wie sagt man, Schadenersatzklagen abgewandt, indem wir diesen einen Disclaimer hier nochmal positioniert haben. Ja, dann würde ich sagen, oder? Gehen wir mal in das Spiel so ganz langsam rein. Ich habe es eben schon vorgestellt, wie man es sich grobe vorstellen kann, es genau mit einem Hochdruckreiniger Dinge zu reinigen. Man macht das Ganze aus der Ego-Perspektive. Es gibt, also ich sage mal so, und bitte Blutgrätschen mir rein, wenn du das anders siehst. Es gibt zwar eine rahmende Handlung, die führt all diese Putzeinsätze so ein bisschen zusammen. Ich kann auch schon mal vorausgeben, es wird ziemlich absurd. Es ist fast schon B-Movie, was hier alles passiert in dieser Rahmenhandlung, die versucht, diese verschiedenen Putzeinsätze, wie gesagt, die wir in einer amerikanisch gearteten Kleinstand namens Macdown so erledigen, die all diese Dinge verbinden will. Ich muss aber sagen, das war mein Gefühl, deswegen spiele ich dieses Spiel nicht. Also es ist wirklich manchmal obskur gewesen, was da so passiert. Wir können ja dann gerne noch ein paar Details hier liegen lassen. Aber ich habe es, glaube ich, wirklich gespielt wegen dieser einzelnen Einsätze. Also mir war nicht so wichtig, warum ich das jetzt mache im Kosmos der großen, übergreifenden Geschichte, sondern es ging mir um dieses mechanische Abtragen von Dreck. Deswegen habe ich dieses Spiel immer und immer wieder gestartet. Siehst du das anders? Also ich muss sagen, ich finde es schon sehr cool, dass etwas passiert, das, was ich nicht erwartet hätte. Eben, dass, wie du sagst, so eine sehr, sehr obskure Geschichte dann obendrauf kommt. Das hat mich einfach, also das hat, glaube ich, bei mir den Ausschlag gemacht, dass ich das Spiel am Ende wirklich großartig fand. Muss ich wirklich sagen. Aber ja, also sicherlich der Grund, warum man zum Spiel zurückkehrt, ist sicherlich der, dass man halt einfach diese Befriedigung über das Putzen einfach hat. Ja, also ich muss sagen, ich habe einen anderen Moment für mich entdeckt, an dem ich wusste, okay, ich entwickle eine gewisse, dann kann ich das schon mal vorausgeben, Faszination für dieses Spiel. Da würde ich aber, glaube ich, später erst darauf eingehen wollen, wenn wir mal so ein bisschen dann im Detail beschreiben, was man da eigentlich so macht. Aber um mal bei dieser Story zu bleiben, wenn du magst, wir können ja, wenn du da Redebedarf hast, nochmal so ein bisschen zum Ende des Podcasts, vielleicht womöglich sogar in einem kleinen Story-Spoider-Teil. Hätte niemals gedacht, dass ein Podcast über den Power-Watch-Simulator sowas bekommen muss. Aber können wir da nochmal drüber sprechen? Aber was ich auf jeden Fall auch schon mal vorausgeben kann, das ist zwar so ein Spiel, das so wirkt wie eines dieser Spiele, die so Arbeit simulieren und die man auch spielt wegen der Arbeit, die man da auf dem Bildschirm macht, weil das vielleicht eine befriedigende Note, einen befriedigenden Aspekt hat. Aber ich muss auch sagen, auf dieser Story-Ebene, auch wenn ich mit diesem übergreifenden B-Movie-Kram nicht so viel anfangen konnte, im Kleinen passieren da Dinge, auf die ich richtig gehofft habe. Also das kann man ja schon mal vorausgeben, wenn man da durch die einzelnen Level so durchputzt und wirklich jeden einzelnen Gegenstand da vom Dreck befreit, von Steinen über herumstehende Grills bis hin zu Autos oder Fahrrädern oder was auch immer. Es werden immer wieder so Mini-Geschichten in diesen Leveln erzählt, auf die ich gehofft hatte, weil sich das ja gerade so anbietet, zu sagen, was du da freiräumst, erzählt auch wirklich eine Geschichte. Und dass das dann auch immer wieder referenziert wird. Das einfachste Beispiel vielleicht, was nicht viel vorneweg nimmt, aber ein ganz einfaches Beispiel. Autos oder Fahrzeuge, die ich im Laufe der Story für andere Leute reinige, sind manchmal in anderen Leveln zu sehen, wie sie am Straßenrand parken. Und das ist jetzt das einfachste Beispiel, das illustrieren soll, dass diese Welt eine Zusammenhängende ist, dass wirklich da Menschen, denen die Dinge gehören, da auch offenbar unterwegs sind. Aber es geht auch so weit, wie dass zum Beispiel eine Katze vermisst wird. Man findet immer mal wieder so kleine Plaketchen, die darauf hinweisen, eine Katze wird gesucht und manchmal in den Leveln entdeckt man dann Katzenspuren auf dem Boden. Und auch da fängt man an, sich zu fragen, was ist mit der Katze? Ist die etwa hier gewesen? Können wir sie finden? Das sind so Kleinigkeiten, die ich sehr wertgeschätzt habe. Ja, so verbindende Elemente, das finde ich auch. Weil ohne die fände ich es auch, es wäre sehr, sehr fragmentiert. Und was dem Ganzen schon auch fehlt, also das dachte ich mir so in den ersten zwei, drei Jobs, bis ich dann eben auch festgestellt habe, wie du sagst, ah, okay, nee, da werden manche Elemente wieder zusammengeführt oder die tauchen an anderer Stelle wieder auf, die schon mal vorher irgendwo da waren. Was halt fehlt oder was mir am Anfang gefehlt hat, ist, dass man zum Beispiel jetzt einen Job hat, dass man ein Bungalow säubern soll für, ich glaube, ein altes Ehepaar war es oder Familie mit Kindern oder so jedenfalls. Und genau, und dass man währenddessen eben auch immer so im Chat oder einfach so Nachrichten bekommt von den Leuten, für die man das jetzt putzt. Ach, das schaut ja schon super aus. Und die Kinder können es kaum erwarten, im Garten zu spielen. Und wenn man dann aber diesen Job erledigt hat und der Bungalow ist sauber und der Garten ist sauber und alles und dann hat man diese befriedigende Arbeit geleistet, denkt sich, ach, das ist ja schön und jetzt kommen die Kinder da vielleicht rausgelaufen oder so und spielen im Garten. Oder es gibt da irgendwie noch so ein kleines Bild des Ergebnisses, wie die Leute das dann wieder nutzen können und das fehlt. Also das ist klar, das haben sie halt wahrscheinlich ressourcentechnisch einfach nicht hinbekommen. Aber das fand ich ein bisschen schade. Und das wird dadurch schon ein bisschen kompensiert, dass man eben, wie du sagst, diese verbindenden Elemente hat, sodass ich so eine Beziehung, Beziehungen innerhalb dieser Welt herstelle. Es wandelt so ein bisschen auf den Spuren des Spiels Unpacking. Das, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auch eines, das ganz schön die Runde gemacht hat, 2021 so herum, also auch jetzt schon wieder, oh Gott, erstaunlich, eine ganze Weile her. Ein Spiel Unpacking, in dem es eigentlich um was ganz anderes geht, nämlich da muss man immer mal wieder Umzugskartons ausräumen und kleine Räume einrichten. Und erlebt so die Geschichte einer Person nach, die eben mehrfach in ihrem Leben an verschiedenen Stationen auszieht und einzieht. Und das Spiel macht es auch ganz ähnlich. Und da gibt es sich die Hand mit dem Power Rush Simulator, was ich eben so geschickt und so überraschend fand, so überraschend, dass das jetzt zu Beginn unserer Besprechung hier schon steht, dass das es hier eben genauso macht. Du machst eigentlich eine eigentlich supermoderne Arbeit. In dem einen Spiel packst du Umzugskartons aus, in dem anderen machst du Oberflächen sauber. Aber drumherum wird eben durch diese kleinen Details in den Leveln eine Geschichte erzählt. Wenn man möchte, kann man die so mitnehmen und mitbeobachten. Und wenn nicht, kann man sie auch ignorieren. Das fand ich auch sehr nett. Das ist sehr unaufdringlich gemacht. Aber das war im Grunde schon meine erste Überraschung, dass das Spiel auf der Ebene überhaupt was hat. Ich dachte wirklich, das ist eine Aneinanderreihung von Gegenständen, die ich einfach sauber mache. Ja, in Packing habe ich tatsächlich jetzt im Zuge für die Vorbereitung auch nochmal gespielt, weil ich das auch, also ich fand das damals, das habe ich damals auch gespielt, fand ich wunderschön, weil sich eben diese Story auch entspann. Also anhand von Gegenständen und Umzugskisten, also die aus Umzugskisten rausgeholt werden, ja unsere Leben erzählt werden. Und teilweise auch, ja, eine sehr traurige Geschichte erzählt wird, über Brüche in Leben und so. Und das fand ich auch ganz hervorragend. Und das ist genau die gleiche Logik dahinter, eben zu sagen, dass man aus so alltäglichen, mehr oder weniger alltäglichen Arbeiten oder so, ja, wie du sagst, so banalen Tätigkeiten erst mal, ja, irgendwie etwas formuliert, was dann doch wieder irgendwie alle betrifft. Apropos banal, hast du dich jemals gefragt, Nora, warum dieses Spiel eigentlich existiert? Also wie kommt man auf die Ideen, Powerwash-Stimulator zu machen? Das ist jetzt echt interessant. Da würde ich jetzt gerne wissen, was so der Pitch war, der Entwickler eben damals zu sagen, ja, das ist ein Spiel, das brauchen wir noch. Vielleicht war das damals auch einfach nur in der Zeit oder so. Ne, obwohl, das konnten es ja, es war ja 2021 Early Access, also hatten sie wahrscheinlich vorher schon gewusst, dass sie es machen wollen, aber wussten ja noch nichts von, dass die Pandemie kommt. Gute Frage. Ich meine, es gibt Spiele, die funktionieren ja, wie du sagst, über diese Work-for-Fun-Geschichten, also Landwirtschaftssimulator, Unpacking oder so. Also diese, es sind ja auch irgendwie Cozy Games, die halt einfach in die Richtung funktionieren. Nicht nur Cozy Games, sondern halt eben auch irgendwie Arbeitstätigkeiten, monotone Arbeitstätigkeiten auch oder vermeintlich monotone, die dann in Spielen halt einfach zu funktionieren scheinen. Ich weiß gar nicht, ob es was Vergleichbares schon mal gab auf Steam. Ich glaube, in dem Sinne jetzt nicht. Oder hast du mal geguckt? Also ich habe, ich war so ein bisschen wie Gandalf in Herderinge 1. Wirklich, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, der da reinstieg in die Archive von Gondor mit genau dieser Frage, okay, warum gibt es dieses Spiel? Es muss, irgendjemand da draußen muss diese Frage schon mal gestellt haben. Ich habe dem Entwicklerteam auch eine Mail geschrieben, da gab es leider keine Antwort zurück. Deswegen bin ich in die Archive von Gondor gestiegen und ich habe eine Antwort gefunden, Nora. Ich habe eine Antwort gefunden. In einem Interview erzählte das Entwicklerteam, auch nur am Rande, warum es dieses Spiel eigentlich gibt. Und bevor ich die Antwort darauf gebe, ganz kurz ein Wort dazu, wer dieses Entwicklerteam eigentlich ist. Die heißen Future Lab. Ehrlich gesagt, Nora, ich kannte die überhaupt nicht, obwohl es dieses Studio seit 20 Jahren gibt. Also völlig unbekannt mir gewesen. Ich hoffe, das verärgert nicht die Hardcore-Fans von Future Lab da draußen, aber das ist ein Studio, das gibt es, wie gesagt, schon seit 20 Jahren. Die sind ein mittlerweile komplettes Remote-Studio. Das heißt, da sieht sich keiner mehr persönlich normalerweise. Der Firmensitz, sage ich mal, ist in Brighton in UK. Und die gibt es schon, wie gesagt, seit 20 Jahren. Die haben angefangen mit Flash-Games und haben dann so kleinere Erfolge so ab den frühen 2010ern geschafft, aber auch weit, weit weg von meiner Bubble. Also ich lese mal kurz ein paar Höhepunkte und das meine ich gar nicht so despektierlich, aber das sind für die eben die Höhepunkte in ihrem Portfolio. Lese ich mal vor. Also wir reden von Spielen wie Coconut Dodge. Wir reden von Coconut Dodge Revitalized. Wir reden von Tiny Tracks und Mini-McMayhem. Also das sind die Spiele. Mit anderen Worten, kein Arsch kennt dieses Studio. Und dann kommt eben dieser Powerwash-Simulator und der ist wahnsinnig kommerziell erfolgreich. Also in den ersten Wochen nach Release 20.000 Reviews auf Steam. Wirklich genau, auch bestimmt wahrscheinlich auch durch die Corona-Pandemie und die Tatsache, dass Menschen daheim saßen und irgendwas machen mussten. Und trotzdem ist ja noch die Frage offen, warum gibt es dieses Spiel? Warum kam dieses Studio auf diese Idee? Und da gibt es, wie gesagt, eine Antwort im Rahmen eines Interviews, das das Entwicklerteam mal geführt hat. Und da sagt der Brown, das ist einer der kreativen Köpfe mit Nachnamen aus dem Entwicklerstudio, der sagt, das Team saß eigentlich beisammen und hat sich für ein neues Spiel überlegt, wo sie sagen wollten, wir machen einen First-Person-Shooter. Wie können sie einen First-Person-Shooter machen, der sich so ein bisschen anders anfühlt und gleichzeitig die, ich sag mal, überschaubaren budgetären Ressourcen des Studios im Auge behält. Und während sie da als Remote-Studio rumsaßen, man kann sich das richtig vorstellen, während man da so miteinander spricht und alle hören auch so einander so ein bisschen zu, klickt man nebenbei so ein bisschen rum und einer der Mitarbeiter klickte eher zufällig als gewollt in einem Subreddit herum, das sich um Hochdruckreiniger dreht. Also wo wahrscheinlich auch Menschen Hochdruckreiniger-Videos geteilt haben, diese befriedigenden Teppich-Videos, über die wir schon gesprochen haben, und er dann reinrief, so will es die offizielle Überlieferung, Leute, ich hab's, wir müssen einen Shooter machen, indem man Dinge Hochdruckreinigt. Das ist die offizielle Entstehungsgeschichte dieses Spielens. Cool. Ja, deswegen auch die Optik, ne? Weil das schaut sich ja, genau, es sieht genauso aus, Ego-Shooter, du hast ja genauso diese Perspektive und hast dann diesen Hochdruckreiniger, das erinnert ja auch regelrecht an so eine Waffe, jetzt diese Perspektive raus und dann zack. Ja. Ja. Und wie gesagt, riesen Erfolg. Also es war ein Goldnäschen und dann können wir jetzt ja mal unsere Goldnäschen mal in das Spiel so langsam reinhalten, wie es denn jetzt tatsächlich so ist. Wir haben schon ein bisschen von dieser Story gesprochen, aber eigentlich ehrlich gesagt müsste ich nochmal für mich persönlich einen Schritt, einen halben Schritt zurückgehen. Als ich das Spiel gestartet habe, merkte ich erneut, wie naiv ich auf dieses Spiel zugegangen bin, denn man wird begrüßt von so einer Art Pop-Up-Message, wenn man jetzt wie in meinem Fall schon längere Zeit das Spiel nicht mehr begonnen hat und da wird man direkt begrüßt von einer Werbung, die auf DLCs hinweist, die man sich kaufen könnte. Und das sind DLCs. Ich bin vom Stuhl gefallen. Ich hätte niemals gedacht, also erstens hätte ich nicht gedacht, dass so ein Spiel DLCs hat, weil in meinem Kopf war das dieses obskure Indie-Ding, wo irgendwie ein paar Leute Oberflächen putzen. Nein, super kommerziell erfolgreich und abstruse lizenzierte DLCs. Es gibt einen DLC, in dem man, ich sag mal, die Märchenwelt von Alice im Wunderland putzen darf für 7,99. Es gibt einen DLC, in dem man die Panzer von Warhammer 40k putzen darf. und ich muss gestehen, ich hab mir den gekauft. Es gibt einen DLC, in dem du die Stadt von SpongeBob putzen kannst und es gibt einen DLC, wo du die Stadt von zurück in die Zukunft putzen kannst und einen Lara Croft DLC gibt's auch noch. Also ich bin vom Stuhl gefallen, ich hatte nicht damit gerechnet und mittlerweile weiß ich auch gar nicht mehr warum, ehrlich gesagt. vielleicht weil das Spiel so obskur erscheint, dass es so eine reiche Auswahl auch an prominenten Schauplätzen gibt, die man da zum Eintrittspreis von je 7,99 putzen darf. Es ist eine Goldkupe, man muss es so sagen. Also das können die ja bis in alle Ewigkeit weiterspinnen. Da kannst du ja alles nehmen an Szenarinen. Also ich hab mich auch direkt drauf gemacht, ich hab Alice im Wunderland gespielt. Nein. Ja, ich hab Tomb Raider natürlich gespielt und Tomb Raider ist so geil. Hast du mal reingespielt? Es ist so, hast du reingespielt? Ich hab nur Warhammer geputzt, weil da kann ich... Warhammer hab ich nicht, ja genau. Warhammer kannst du froh sein, dass es nicht gemacht wird. Warhammer sind nur Panzer und das bedeutet, versuch mal eine Kette zu reinigen mit einem ollen Hochdruckreiniger. Du wie lange, ich will, um Gottes Willen, darüber müssen wir auch noch sprechen, wie lange ich hier als Mensch in seiner körperlichen Blüte, ja Mitte 30, ich möchte kein Wort hören, wie ich da nachts vor meinem Popelfernseher da kniete und so einen dummen Panzer geputzt habe. Also es ist auch einer der DLCs, kann ich auch vorausgeben, die sind auch ein bisschen umstritten, weil da sagen auch dann Leute, ja das sind Gegenstände, die machen nicht so viel Spaß, wenn man sie reinigt. Ich fand's cool wegen der Fiktion, weil ich eben Warhammer 40K faszinierend finde, aber du, wie viel Zeit ich allein damit verbracht habe. Da hab ich mir gedacht, nee, ich kann jetzt nicht auch noch Alice im Wunderland sauber machen. Also vor allem das, also das ist total, oh Gott, das ist alles dreckig, es ist schrecklich, es ist schrecklich. Also bei Tomb Raider, das ist mega, da spielt man halt wirklich in dem, um das Schloss, das Castle halt rum, diese Menschen oder was, wo es ihr hatte im zweiten Teil, wer den halt noch kennt, so wirklich. Und es ist so schön, also ich war so nostalgisch, ich hab, das hat gestartet, mein Partner saß neben mir, neben mir und hat zugeguckt und das Erste, was ich wirklich gesagt habe, ist, oh, wo ist der Butler, wo ist der Butler, die haben bestimmt den Butler, das kann ja, also ohne Butler geht gar nichts, den hat man ja in die Kühlkammer immer gesperrt damals, das war ja so das, was man gemacht hat. Also bei dem ersten, ich weiß nicht, ob das, weiß nicht, mich schon aufrege, dass dieser Butler fehlt, kommt direkt da so eine Chatbox-Nachricht, in der sich der Butler an uns Spielende eben wendet und sagt, ja, sie können schon mal mit dem Putzen anfangen, ich bin ja gerade noch in so einer brenzligen Situation, weil die Lara mir manchmal so Streichel spielt, so nach dem Motto, also heißt, er kann nur in der Kühlkammer gefangen sein und da hat es mich total gehabt, das Spiel, aber ich mir dachte, das ist so cool, das ist einfach so ein kleines Detail, das finde ich so geil, also ich, da war ich schon ziemlich begeistert, muss ich sagen. Ja, und ich war erst irritiert, weil ich war dann, hab mich dann an diesen, also an der Werbung im Grunde ja vorbeigeklickt und sah dann im Hauptmenü ein riesengroßes Dollarzeichen mit einer Null und mein erster Gedanke war, ach, Moment mal, ist das, sind das jetzt hier Ingame-Währung, dass ich jetzt quasi hier im Spiel etwas kaufe? Nee, stellt sich nämlich da wieder heraus, es gibt, also klar, man kann ganz normal für Geld diese DLCs kaufen, aber im Spiel selbst gibt es keine Ingame-Käufe, sondern dieses Dollarzeichen, steht dafür, das war halt schon falsch, es gibt Ingame-Käufe, aber nicht die, die wir meinen, du kannst während der Aufträge Geld verdienen, durch das Reinigen von diesen ganzen Gegenständen und dieses Geld, Dollar, die kannst du dann benutzen, um im Shop, im Spiel, Aufsätze und Seifen, sowas zu kaufen, aber, das muss ich nochmal unterstreichen, das ist nicht irritiert, das ist jetzt nicht das echte Geld in meinem Geldbeutel, in der richtigen Welt, in Hamburg 2024, sondern das ist erspieltes Dollargeld, das du dann auch für die Spielgegenstände ausgibst, also mit anderen Worten, da wird keine Kreditkarte angezapft, sondern wird alles im Spiel quasi freigeschaltet und dann zugekauft. Genau, und in den DLC selber, so zum Beispiel bei Tomb Raider, bei diesem Tomb Raider Level DLC war es dann so, dass du da schon so diesen potenteren Reiniger inkludiert hast, also du startest direkt mit dem, weil du musst ja diese riesigen Fassaden da abspritzen und so und genau, also das war auch sehr cool. Ja, mir ging es aber ganz ähnlich, dass ich auch zuerst dachte, als es aufploppte, oh okay, gibt es jetzt da irgendwelche Ingenkäufe oder so, aber das ist ja dann nicht der Fall gewesen und also ich hatte es auch so, dass ich habe das Alice in Wonderland zum Beispiel auch zuerst gedacht, ich musste das jetzt kaufen für das 799, aber wenn ich dann im Hauptspiel im Menü selber war und dann auf, jetzt weiß ich nicht mal was ist, ich glaube Bonusjobs und die DLCs sind glaube ich auch ein Menüpunkt im Hauptspiel selber und wenn ich dann da drauf gegangen bin, dann konnte ich es einfach spielen. Also auf jeden Fall das Tomb Raider, das ging so. das Tomb Raider, das ist so ein Special Pack, das ist tatsächlich, das ist kostenlos, aber das Alice in Wonderland zum Beispiel kostet 799, also das ist ganz interessant, wie sie das so strukturieren, aber ja, da war ich auf jeden Fall erstaunt, dass es da nochmal so eine Auswahl gibt. Erstaunt übrigens auch, wenn wir gerade an diesen Beobachtungen im Hauptmenü dran sind, das Hauptmenü selbst, ich habe dann erst später begriffen, warum sie das so gestaltet haben, wie sie es gestalten und zwar, das ist kein richtiges Hauptmenü, Hauptmenü, sondern es ist wie ein iPad, als würde man auf einem iPad operieren, das ist quasi ein Rahmen, da erkennt man ganz klar, man guckt hier wirklich auf so ein iPad drauf, das ist das Menü, da spielt sich alles ab, ich habe erst gerätselt, was soll das denn, also das ist ja irgendwie seltsam und mir auch nicht erschließbar, warum im Hauptmenü da so ein iPad herbeigenommen wird, kann ich schon auflösen, es stellte sich heraus, die Idee des Spiels ist, und das brauchte bei mir tatsächlich, sage ich mal, locker eine Stunde, bis ich das verstanden habe, dass du, wenn du im Level dann anfängst, Dinge zu putzen, bekommst du dafür sofort Geld, also stellen wir uns vor, du musst anfangen, ein Fahrrad zu putzen, dann bekommst du Geld dafür, für den Rostschutz, wenn der sauber ist, für den Sattel, für die Bremsen, für den Lenker, immer so kleine Dollarbeträge oder auch größere, je nach Gegenstand, und du kannst diese Dollarbeträge sofort im Spiel dann einsetzen, um, und jetzt kommen wir dazu, mit diesem iPad im Spiel, diesem Hauptmenü, dann neue Seifen zu kaufen, neue Aufsätze zu kaufen, also mit anderen Worten, was sie hier machen, ist diese Fiktion von, das ist dein Arbeits-iPad oder Pad-Tablet, wie auch immer, und damit stehst du da in der Heide rum und putzt die Sachen, und wenn du dann genug Geld hast, kannst du direkt mit diesem iPad vor Ort deine Aufsätze kaufen, das ist tatsächlich der Gedanke dahinter, so ein Hauch Immersion wird hier bemüht aufzubauen. Genau, und dann gibt es noch so Seifen, die man kaufen kann, oder so Seifenzusätze für verschiedene Oberflächen, für Holz, für Metall, für einen Universalreiniger, also das kann man dann auch immer mitkaufen. Wie ist es dir damit gegangen? Also ich habe da schon oft dann mitgearbeitet, aber die halten, also so eine Flasche, die hält echt nicht lange, also das ist sehr schnell dann wieder leer, dann kann man wieder nachfüllen, das ist auch ganz cool, du kannst einfach überdrücken einer Taste, während du quasi sprühst, direkt nachfüllen, also da gibt es jetzt nicht so ein Nachlade, also eher Reload, was man ja auch so aus Ecoshootern kennt, gibt es jetzt nicht so eine Animation dazu, sondern das lädt sich dann einfach wieder auf und man kann weitersprühen, aber die habe ich jetzt eigentlich, also wie gesagt, ich habe sie schon genutzt, aber jetzt auch nicht, ja jetzt eigentlich auch nicht so häufig, also ich bin schon immer eigentlich bei den Standarddüsen und halt im Wasser einfach geblieben. Ja, das ist ganz faszinierend, das ist eigentlich sollte man ja meinen, diese Seifen vor allem, die sind Teil oder vielleicht sogar im Zentrum dieser Fiktion, die da aufgebaut wird, dass man quasi sagt, alles klar, es gibt Seifen für besondere Oberflächen, für Fenster, für Metall, für Holz und wenn man diese Seifen kauft und die an seinen Hochdruckreiniger anschließt, dann kann man die ganz besonders leicht und schnell reinigen und wir reden wirklich von, also ich habe gestaunt, wie schnell das dann ging, wirklich ein Sprüher und dann vielleicht kann man sich das vorstellen, wie so eine ätzende Chemikalie, was ja im Grunde das dann auch sein soll, frisst sich dieser Dreck dann davon, das ging dann so fix, aber ich habe dann drüber nachgedacht und habe mir dann überlegt, im Grunde fühlt sich das in diesem Spiel, was eigentlich erstmal eine kleine Überraschung ist, weil es wie gesagt so ein zentraler Teil vom Hochdruckreinigen ist, es ist eigentlich so eine Art Level-Skip-Button, den man sich da erkauft, also wenn man, ich glaube, im Spiel drin ist und das Gefühl hat, ich will jetzt hier nicht noch ewig an diesem Level rumputzen, das soll ein bisschen schneller gehen, kann man das Geld ausgeben, um diese Putzprozesse zu beschleunigen, das war mein Gefühl, was diese Seifen eigentlich sollen, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt, was sie sollen, aber welche Funktionen sie zwangsläufig erfüllen, dieses Vorwärtsspulen, dieses Beschleunigen der Arbeit und das kann ja eigentlich gar nicht Idee des Spiels sein, weil dieses Spiel zieht ja seine Faszination aus dem Arbeitsprozess, also den beschleunigen zu wollen, dann würde man ja sich diesen zentralen Spielspaß rauben, also das führt mich eben dazu, dass ich glaube, das ist wie so ein Vorspulbutton, dass man eben sagt, ihr habt da keine Lust mehr, ich möchte jetzt hier Fortschritt haben, deswegen kaufe ich mir die Seifen. Ja, das ist ein guter Ansatz, also was ich grundsätzlich ganz, ganz faszinierend finde, wir haben hier bei mir in der Familie wirklich alle mal so ein bisschen gespielt und ich fand es super faszinierend zu sehen, dass man auch ganz unterschiedliche Routinen hat, also eigentlich ist das so ein Spiel, das sollte man so, bevor bei so WG-Auswahlgesprächen oder so, sollte man so verpflichten, dieses Spiel spielen lassen, um zu sehen, welche Routinen im Saubermachen diese andere Person hat und das ist super faszinierend, also weil der eine, die eine fängt irgendwie links das Putzen an und macht dann so eine Hauswand zu, also ich zum Beispiel habe dann irgendwie, weiß ich nicht, so eine, also es gibt ja von 0 Grad Düsen bis, ich weiß gar nicht, vier Düsen gibt es glaube ich, also genau, also diese 0 Grad Düse, klar, das ist dieser konzentrierte Strahl, der säubert zwar alles weg, aber du hast natürlich nur so einen sehr kleinen Radius, in dem dann sauber gemacht wird, bis halt hin zu einer 60 Grad Düse oder so, ich weiß gar nicht mehr, die dann eben keine wirklichen, keinen wirklichen Nachdruck hat, aber er halt eine größere Fläche reinigt und so und ich war halt immer so ein Mittelding irgendwie die meiste Zeit, wenn es ging, vom Spiel her und habe dann halt eine Hauswand, von links angefangen, okay, von ganz oben bis ganz unten und dann den nächsten Streifen und dann den nächsten Streifen, dann gibt es andere Leute, die was ich beobachtet habe, die dann halt eben, wie beim so Puzzeln, zuerst die Ränder angehen, also erstmal alle Ränder einsprühen oder säubern und dann halt sich bis in die Mitte vorarbeiten. Ich habe auch meinen Dreijährigen spielen lassen, weil es ja Peggy 3 gewesen ist, da dachte ich mir, probiere ich das mal aus, was der macht und so, der hat sich dann auf das Spielzeugauto, was man in dem einen Putzjob dann spielen, putzen kann und so weiter gestürzt und hat das eher so erratisch gemacht, logischerweise. Super interessant. Also so, auch da wieder, da kann man richtig Leute kennenlernen. Man kann sich auch im Koop spielen und finde ich total, also super faszinierend zu beobachten, was da so passiert und welche unterschiedlichsten, welche unterschiedlichsten Routinen Menschen haben, sich ja dem, der Tätigkeit des Putzens zu nähern. Es ist halt auch so wunderbar niedrigschwellig. Also im Grunde brauchst du nur, also wenn ich drüber nachdenke, fast nur einen Knopf und zwar den mit Wassermarsch und das ist auf dem Controller übrigens wunderschön. Der Playstation 5 Controller hat so einen eingebauten Widerstand quasi, der simuliert wird. Wenn du den Trigger runterdrückst, ist es wirklich so, als würdest du bei so einem Hochdruckreiniger an diesen Kipppunkt des Triggers kommen, wo du dann wirklich merkst, wenn ich jetzt nochmal weiter drücke, dann kommt das Wasser raus. Es gibt erfreulicherweise noch einen Button, mit dem man das Wasser quasi feststellen kann. Auch da gibt es ja ein Äquivalent zu den echten Hochdruckreinigern, erinnere ich mich, dass du das einrasten lassen kannst, dann kommt einfach durchgängig Wasser und dann musst du gar nichts mehr drücken und das ist erstmal toll, das ist so grundsätzlich die Bedienung des Spiels super, super niedrigschwellig und dann bekommt das so eine gewisse Komplexität, muss man schon vorsichtig sagen, aber wir haben schon gesagt, die verschiedenen Düsenaufsätze kannst du mit einfachen Drücken auf den Schultertasten durchwechseln. Je hartnäckiger der Schmutz, desto konzentrierter sollte der Strahl sein oder mit den Worten von jemandem, der jetzt nicht regelmäßig Hochdruckreiniger benutzt, desto stärker knallt das Wasser da raus. Das ist so etwa, wie man sich das vorstellen kann. Dann gibt es noch diese Seifenaufsätze, die man da kaufen kann, die helfen auch, die Arbeit zu beschleunigen. Man kann Gegenstände, einige wenige noch bewegen, sowas wie kleine Leitern oder Treppchen, um eben auch auf Dächer hochzukommen. Man kann springen mit der seltsamsten Sprunganimation in der ganzen Welt. Also das Sprunggefühl vielmehr, das ist so seltsam. Die Figur aus der Ego-Perspektive dreht sich wirklich wie ein Sherman-Panzer im Zweiten Weltkrieg. Also unglaublich, aber sie springt, als wäre sie der erste Heißluftballon, der jemals erfunden wurde und einen richtig guten Tag hat. Unglaublich. Also das ist alles ein bisschen seltsam, aber was ich meine ist, die Essenz, es ist so niedrigschwellig und ich habe es getestet. Es ist wunderschön, offenbar wie viele Menschen wir in unserem Umfeld aktiviert haben für diesen Podcast. Ich nämlich habe in meinem Umfeld eine Freundin, die noch nie, nie, nie in ihrem Leben einen Controller in der Hand hatte und noch nie ein digitales Spiel gespielt hat. Man kann es kaum glauben, aber es gibt diese Menschen, die ist etwa so alt wie ich und noch interessanter, sie ist absolut putzversessen. Also sie liebt es zu putzen, sie liebt es Struktur in ihr Leben und in ihren Alltag und in ihre Wohnung zu bringen und dann habe ich sie eingeladen hierher zu mir, dann ist sie hergekommen und dann habe ich ihr den Controller an die Hand gedrückt, habe ihr das Spiel gesagt, was das für ein Spiel ist und habe gesagt, mach einfach mal. Und es war faszinierend, sie hat sofort loslegen können. Diese Orientierung im Raum war natürlich schwierig. Wir kennen es alle von unseren ersten Versuchen am Controller bei 3D-Spielen. Es war erst mal schwierig, so ein bisschen sich an diese Kamerabewegung zu gewöhnen aus der Ego-Perspektive. Aber dadurch, dass ständiger Wasser aus diesem Strahl vorne kommt, ist es fast egal für sie gewesen, zu Beginn, wo sie sich noch eingewöhnt hat, wohin sie damit spritzt, weil es passiert ja trotzdem was. Und das, was passierte, dass man gesehen hat, wie das Wasser den Schmutz da wegspült, das hat in ihr sofort, also es hat sofort gezündet und eine Befriedigung ausgelöst. Sie hat wirklich Geräusche der Glückseligkeit neben mir gemacht. Also sie hat sofort diese Begeisterung des echten Putzens übertragen können auf das Spielputzen und hat wirklich über eine Stunde in ihrem ersten da vor dem Fernsehsitzende einfach nur einen Spielplatz sauber gemacht im Spiel. Und das fand ich faszinierend, dass wirklich jemand, der noch nie einen Control in der Hand hat, aber begeistert putzt, da sofort loslegen kann. Ich finde es auch gut, was das Spiel macht, so eine Art psychologische Spielführung zu setzen. Also ich hatte in dem ersten großen Level, ich glaube, das war bei mir der Spielplatz, hatte ich einen kurzen Moment, wo ich wirklich überfordert war. Also da ist es total gekippt plötzlich bei mir und ich dachte mir, boah Gott, das ist so groß und alles ist verschmutzt. Der Boden ist verschmutzt, sämtliche Klettergerüste auf diesem großen Spielplatz sind verschmutzt, die Bänke, die Mülleimer, wie auch immer, also alles starte vor Schmutz und da dachte ich mir so, boah, okay, und das soll mir jetzt irgendwie Freude bereiten. Also da hatte ich ein großes Problem und dann hat mir aber geholfen, was das Spiel macht, nämlich wie du auch schon gesagt hast, ist, dass es wirklich jede einzelne Tätigkeit, beziehungsweise jeden einzelnen Teil, der geputzt werden soll, also seien das irgendwie wirklich die Haltestangen bei einem Klettergerüst oder die einzelnen Sprossen bei der Leiter zum Klettergerüst hoch oder so oder die einzelnen Platten bei so einem Drehgerät da auf dem Spielplatz, wie man es nennt, und dass die wirklich eine einzelne Challenge quasi sind. Wenn man die abgehakt hat, dann kommt dieses sehr befriedigende Bling und hat man irgendwie zwei Dollar oder so damit verdient und man arbeitet sich da so wie im realen Leben, was ja dann auch so diese PutzexpertInnen, OrdnungsexpertInnen dann so propagieren, wie diese Marie Kondo, die ja da ganz bekannt geworden ist, eben so diese First Brick Methode, also dass man sich wirklich so Teil für Teil vornimmt, dass man sich, ja wie Momo, ich weiß nicht, kennst du Momo noch das Kinderbuch, genau, der hier, der Straßenfeger, der ja dann sagt, ganz am Anfang, ja, wenn du diese ganze Straße fegen willst, dann darfst du nicht diese ganze Straße sehen, das ein bisschen natürlich überfordert, sondern du musst dir einfach Fliese für Fliese vornehmen und dich dann so vorarbeiten und das kriegt es echt super gut hin. Also man muss auch mal wieder nachgucken zwischendrin, das fand ich teilweise ein bisschen nervig, ich weiß nicht, wie es dir ging, da hat das Spiel optisch, wenn ich mir dachte, jetzt bin ich doch eigentlich schon fertig, also ich habe ja diese Fortschrittsanzeige oben links und bei 99 Prozent ist es dann oft so, dass man halt wirklich, wirklich in die Details gucken muss und dann hat man irgendwo bei irgendeiner Stufe in dem Garten irgendwo noch so ein Teilchen, was noch geputzt werden muss, was man aber dann nicht so richtig erwischt, das fand ich dann so ein bisschen nervig, also teilweise hat es das dann einfach optisch nicht so gut dargestellt und dann habe ich auch oft in diese Liste geguckt, also die kann man dann öffnen und dann sieht man, okay, bei der einen, was weiß ich, Stufenumrandung fehlt da offensichtlich noch was, jetzt muss ich das suchen, da gibt es auch da wieder eine Taste, auf die ich drücken kann, damit mir der Schmutz angezeigt wird, aber wenn ich dann wirklich nur noch in diese Details eigentlich am Ende reingucken muss, dann ist es ein bisschen schwierig teilweise zu sehen, fand ich. Also als jemand, der jetzt in den letzten etwas mehr als zwei Jahren dreimal umgezogen ist, gab es, oh Mann ey, gab es echt Momente, auch die Verzweiflung, wenn man das erstmal alles vor sich hat zu putzen, die mir richtig bekannt vorkamen aus dem echten Leben, was es ja nur noch so spannender macht, weil man dann erstmal merkt, wie übertragbar dieses Erlebnis aus dem echten, im digitalen Spiel ist, dieser, wie du schon beschrieben hast, dieser Moment, dass man guckt auf den Spielplatz jetzt in diesem Fall und denkt sich, holy shit, hier ist alles dreckig, also die Geländer, die Holzzäune, die Sitzecke, die Minischeune, der Grill, alles. Und dann legt man so los und das sind, glaube ich, in meiner Analyse, wenn ich so drüber nachdenke, die stärksten Momente des Spiels, wenn man dann einfach mal anfängt und auch diese Erfolge auch bekommt, also dieses Freimachen der einzelnen Gegenstände, da gibt es dann eben so ein paar Dollarchen, wie du schon beschrieben hast, das ist toll, man sieht auch sofort, das ist ganz geschickt gemacht, finde ich, man sieht auch, visuell den Fortschritt, nicht einfach nur, weil es sauber wird, sondern jeder Level ist gefühlt eine Note zu bunt, aber das machen sie deswegen, weil wenn du den Dreck wegmachst dann von den Oberflächen, strahlt das wirklich mit einer, mit einer, ich wollte schon Lautstärke sagen, aber auf eine Weise passt es sogar, mit einer Dringlichkeit dir entgegen und sagt, jawohl, ich bin sauber, ich bin bunt, vielen herzlichen Dank, hier sind meine schillernden Farben, das sieht dadurch nochmal viel sauberer aus, als es eigentlich ist, das sind so die Stärkstmomente des Spiels und dann, das kann ich auch nur bestätigen, zum Ende des Levels dann, wenn du das Gefühl hast, es ist doch alles super, was wollen sie denn? Aber der Level sagt, nein, 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 98 Prozent erst von 100, dann musst du in diese Liste gehen, die du schon beschrieben hast, über dieses iPad, da kriegst du dann eine Auflistung aller Gegenstände, die sauber gemacht werden können, mit einer Prozentangabe, wie sauber sie sind und dann entdeckst du die ganzen 98 und 99 Prozent Gegenstände, zum Glück, da bin ich ganz froh, kannst du die dann auswählen, aus diesem Menü heraus, dann werden die so ein bisschen zurückhalten, eine Spur zurückhalten, finde ich, gekennzeichnet im Level, dass du dann schon weißt, wohin du laufen musst, um das dann sauber zu machen und so kannst du dir die 100 Prozent holen. Cool ist, du musst die Level nicht 100 Prozenten, also du kannst dann auch einfach sagen, ist klar, mir reicht das jetzt, ich spiele es an einer anderen Stelle, in einem anderen Level weiter, weil immer mal wieder mehrere Level gleichzeitig offen sind, aber andererseits, es ist natürlich unglaublich unbefriedigend, mit 99 Prozent aus so einem Putzlevel rauszugehen, das macht man ja nicht. Also ich hatte, in dem Garten hatte ich eben eine Stelle, wo ich echt festhang, regelrecht, also da gibt es so eine Hollywood-Schaukel und die Kissen auf dieser Hollywood-Schaukel, es müssten einzeln gesäubert werden und da hatte ich halt, zwischen den Kissen war da wirklich so eine Stelle, da habe ich irgendwie drauf gehalten, noch und nöcher und das hat einfach nicht gefruchtet und das hat einfach nicht funktioniert, natürlich habe ich jetzt irgendwie vielleicht einen Bug erwischt oder so, keine Ahnung, das war leicht nervig, also man muss, aber das stimmt ja auch wieder und das bildet ja vielleicht auch wieder so ein bisschen die Realität ab, man muss sehr, sehr sorgfältig sein und das ist an sich, finde ich das schon auch positiv, man kann sich auch in drei verschiedene Positionen ducken, beziehungsweise halt, also seine Höhe verändern, damit man wirklich auch so in die letzten Winkel irgendwie reinkommt und reingucken kann, also es reicht nicht, wenn ich nur irgendwelche Oberflächen oder so mache, sondern ich muss auch die Unterflächen machen, ich muss wirklich auch in die Ecken gehen und so, das ist ja schön, also der ist wirklich sehr sorgfältig oder unsere Spielfigur ist wirklich sehr sorgfältig oder musste sein halt in dem Fall, das ist schon cool, aber manchmal auch so ein bisschen tedious dann. Ja, da merkt man die DNA des Shooters mit am stärksten, die Icons für die unterschiedlichen Positionen sind exakt aus dem Shooter entlehnt, also stehen, knien und liegen und auch da, da fällt es mir dann so schwer, also ich muss es anders sagen, ich habe gemerkt, es entstehen Szenen, wie ich sie aus dem echten Leben als Kind kenne, wenn du vor deinem doofen Fahrrad stehst und dann mit dem Hochdruckreiniger draufstehst und siehst, ich kriege den ganzen Dreck nicht weg, die sind in Winkeln vertreckt, ich komme da nicht hin und dann lag ich da schreiend sowohl im Spiel als auch in der Wirklichkeit auf dem Boden und schoss da das Wasser ins Blech hinein und hoffte einfach, dass es was bringt. Das ist auf eine Weise super relatable und aus dem Leben gegriffen. Zum anderen aber merkt man da auch so ein bisschen die Unzunehmlichkeiten des Spiels, wo es fast schon wieder droht, frustrierend zu werden, für mich zumindest, weil du hast halt trotzdem nur beschränkte Möglichkeiten mit deinem Gewerk da, mit deinem Werkzeug umzugehen. Es gibt so eine Art, ich sage mal Zielmodus nennt das Spiel, das bedeutet, du kannst natürlich wie so ein Roboter einfach mit Hochdruckreiniger im Anschlag durch den Level laufen und quasi dorthin, wo du hinguckst, dort putzt du auch. Es gibt aber auch den Zielmodus, wo du in eine Richtung schaust, dann quasi deinen Blick fixierst und jetzt mit deinem Bewegungscontroller-Stick den Hochdruckreiniger steuerst. Das fühlt sich so ein bisschen so an, als könnte man damit noch mal ein bisschen genauer operieren, aber was es im Spiel natürlich nicht gibt, ist ein Anwinkeln zum Beispiel. Also es ist schwer zu beschreiben, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in die Hocke gehe und unter ein Blech spritzen würde, würde ich ja in der echten Welt in die Hocke gehen und den Hochdruckreiniger mit ausgestreckter Hand anwinken, unter das Blech halten. Und das geht hier nicht. Du spritzt immer nur von den Seiten irgendwo drauf, wo du auch stehst und da, also wie ich da durch die Level manchmal gerobbt bin und wirklich Steine aus unmöglichen Winkeln abgespritzt habe, weil ich mir dachte, komm, das kann doch nicht sein. Bitte fährt doch einfach sauber. Da muss ich übrigens auch sagen, gutes Feature, du musst die Sachen nicht komplett sauber machen. Es reicht, wenn du die einzelnen Oberflächen zu, ich sage mal, 99 Prozent sauber machst. Optisch ist noch Dreck da, aber das Spiel sagt dann, ist geschafft, mein Junge. Komm, wir machen da jetzt 100 Prozent drauf. Das stimmt. Also ich fand es ein bisschen störend, auch so Geschichten wie Regenrinnen zum Beispiel, also dass man bei der Regenrinne vor allem aufgefahren, bei dem einen Bungalow und ich gemacht habe, wie du sagst, da hat es irgendwie keine Tiefe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt in die Regenrinne wirklich reinspritze und wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn ich da mit dem Hochdruckreiniger reinspritze, dann wird da ja auch eine Art von Wasserstrom vielleicht irgendwann mal entstehen oder so ein konzentrierter Wasserstrom, der dann durch die Regenrinne rausläuft und so und das passiert alles nicht. Also es ist schon recht banal oder recht eindimensional gehalten, so dann wirklich optisch auch und das ist an manchen Stellen ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Und auch, was ich schon auch sagen muss, also bei uns zumindest war es jetzt in den letzten Tagen brutalst heiß, da, also da dachte ich mir, jetzt gehe ich lieber real raus und mache den Hochdruckreiniger an, weil dann habe ich diese Gischtwelle und die habe ich halt da nicht. Und das war eigentlich eher frustrierend. Gut, dass du sagst, wir müssen über das Wasser in diesem Spiel sprechen. Also es klingt wie ein Hochdruckreiniger. Also wirklich dieses Geräusch, wie wenn Wasser da wo abperlt, ich finde, das klingt total gut. Also es klingt wirklich, wie es klingen soll. Es sieht auch in Teilen so aus, wie es aussehen soll, wenn Wasser an bestimmten Winkeln mit Superdruck auf Oberflächen stößt, dann prallt das so ab und ich hatte richtig das Gefühl, als würde ich mich zurückerinnern an das Gefühl von dieser Gischt auf meiner Haut als Kind, als ich diese Bilder gesehen habe. Also super cool. Auf der anderen Seite aber hat mich, und ich muss sagen, ich glaube wirklich, er ist aktiv gestört, dass dieses Wasser im Grunde wie aus dem Level zu verschwinden scheint, sobald man es gesprüht hat. Was ich damit meine, ist folgendes. Die hohe Kunst des realen Hochdruckreinigers quasi ist ja, in einer solchen Reihenfolge Oberflächen zu putzen, dass das abperlende und damit verschmutzte Wasser nicht andere Oberflächen wieder dreckig macht. Weil im Grunde könntest du in der echten Welt, wenn du es doof machst, unendlich lange einen Gegenstand reinigen, weil durch dieses Spritzwasser das Dreckige wieder saubere Flächen dreckig gemacht werden. Und dieses Spiel hier kennt das nicht. Also mit anderen Worten, das Wasser hat im Grunde keine Physik, sondern es ist, man könnte es auch machen so, dass man sagt, man hat Krusten und die muss man mit dem Laser freilegen. So funktioniert das von der Engine-Logik quasi. Das Wasser existiert in der Form nicht im Level mit einer eigenen Dynamik. Und ich muss sagen, auch wenn das Spiel dadurch, glaube ich, rotzschwer geworden wäre, wenn man daran auch noch hätte denken müssen bei jedem Clean-Up, es ist auf eine Weise ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Ja, das ist lustig, dass du sagst, weil das war auch also eine meiner ersten Gefühle, dass ich mir dachte, es wäre doch so cool gewesen, wenn man jetzt eben genau dieses physikalische Phänomen, was du in der Realität eben hast, wie du sagst, dass du so Spritzwasserpools dann hast, die sich dann ansäubern, die du dann in irgendeine Richtung wieder weglenken, Spritzen, Spritzen weglenken musst, dass man das irgendwie noch mit aufnimmt. Und einfach nicht so, weil gerade bei Oberflächen, also gerade auf Bodenflächen oder auch so größeren Flächen wie den Dachflächen oder so, dann, also da, da funktioniert es dann nicht. Also da hat es für mich zumindest nicht funktioniert, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt aber, der ganze Boden ist jetzt einfach, wie du sagst, einfach so reingelasert eigentlich. Und ja, das war es irgendwie. Also da, klar, es wäre natürlich viel aufwendiger gewesen, wahrscheinlich auch von der Entwicklung her, das irgendwie darzustellen. Aber das wäre super interessant gewesen, da vielleicht auch nochmal so taktisch irgendwie agieren zu müssen. Oder vielleicht nochmal mit einem zusätzlichen Tool, dass man noch so ein Kehrbesen hat, mit dem man dann das Spritzwasser irgendwie in irgendeine Richtung oder so nochmal wegschieben muss oder so. Und dann hätte sich das auch nochmal anders angefühlt, glaube ich. Ja, es gibt Spiele, die machen das und können das. Du hattest ganz vorhin mal gefragt, ob es denn ähnliche Spiele dieser Art gibt. Die gibt es und die arbeiten auch ganz viel stärker mit diesem, mit den physikalischen Eigenschaften von Wasser. Und da will ich zum Beispiel nennen, ein Spiel namens Visera Clean Up Detail. Ein Spiel von 2015, in dem es darum geht, ich sag mal, in Sci-Fi-Welten, nachdem große Schlachten stattgefunden haben zwischen Monstern und Aliens und so weiter, als Putzkraft da reinzugehen und die Level wieder sauber zu machen. Und das Spiel hat trotz des Alters so eine spannende Technologie, dass dein Schwamm, dein Mob, mit dem du da durchwischst, der saugt sich voll mit zum Beispiel Blut und wenn du mit diesem, mit diesem Mob, über saubere Oberflächen drüber gehst und der Mob aber noch dreckig ist, machst du die Oberflächen wieder selbst dreckig. Und das ist zum Beispiel was, was es in diesem Spiel hier in dem, in dem Powerwall-Stimulator nicht gibt. Und wie gesagt, ich glaube, das muss eigentlich eine bewusste Entscheidung gewesen sein mit dem Hintergrund, dann wird das Spiel wirklich eine ganze Portion fordernder und schwieriger und womöglich auch frustrierender. Ich kann mir vorstellen, Königsweg wäre natürlich gewesen, zu sagen, optional kannst du aus- und einschalten, aber dann stoßen wir offenbar an die Möglichkeiten, vielleicht auch die budgetären Möglichkeiten, dieses ja jetzt nicht mal bis zu diesem Zeitpunkt so erfolgreichen Studios. Ja, also wie du sagst, ich kann mir einfach vorstellen, eben das ist einfach zu kompliziert, auch das wäre zu teuer, das wäre zu umfangreich, dann vielleicht nochmal gewesen oder so. Und sie schaffen es ja dadurch, also was das Spiel, finde ich, am Ende dann ausmacht, dass ich Bock habe, das auch weiter zu spielen, ist, dass ich eben nicht in einem Ford irgendwie den Van reinigen muss und danach das Motorrad und danach irgendwie den Spielplatz oder so, sondern das ist ja eine große Vielfalt und dann hast du halt auch so ganz absurde Szenarien wie irgendwie so ein Baumhaus oder so einen riesigen Spielzeugstiefel und du hast halt einfach auch Umgebungen, die an sich schon irgendwie interessant oder absurd oder obskur sind, wo man dann auch Lust hat, finde ich, dann einfach weiterzumachen, also ging es mir zumindest. Also das trägt sich dann eigentlich mehr über die Umgebungen, die man zäubert oder die Settings, die einem das Spiel anbietet, als über die Tätigkeit als solche, weil die ist immer sehr, sehr ähnlich. Jetzt ist die spannende Frage, weil du es schon angesprochen hast oder angedeutet hast, dass du da so ziemlich schnell, ziemlich begeistert warst. Kannst du denn oder konntest du beim Spielen auch von Anfang an, und das würde mich mal interessieren, diese Begeisterung nachvollziehen, die so viele Zehntausende Menschen mit diesem Spiel so erleben? Also hast du da losgelegt und sofort gedacht, alles klar, das ist ja super geil? Boah, das ist jetzt vielleicht blöd, wenn ich es sage, aber ich muss sagen, also mich hat das Spiel anfangs eher aggressiv gemacht. Ja, ja, ja. Also ich habe auch viel die Steam-Reviews gelesen eben und das sind ja auch ganz viel Reviews von Leuten, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt oder nicht, aber zumindest Leute, die nach einigen, nach eigenen Aussagen wirklich, ja, bis hin zu Depressionen, mit Depressionen zu kämpfen hatten oder so, die dann sagen, boah, das Spiel hat mich total entspannt oder ADHS betroffen oder so, die sagen, boah, das Spiel bringt mich total runter und so weiter und so fort. Und mir ging es eher so, aber das kann jetzt natürlich aus meinem persönlichen Lebenskontext herauskommen, mich hat das aggressiv gemacht, der Anfang ging ja noch, dann habe ich halt so einen Van, den ich sauber machen muss und so kleine Dinge, wo ich dann vielleicht mal 15, 20, 30 Minuten beschäftigt war und dann kamen aber eben diese großen Flächen und da war ich einfach nur wütend, weil ich mir dachte, boah, wollt ihr mich jetzt verharschen? Was, warum soll ich denn das jetzt sauber machen? Ich habe da draußen jenseits meines Bildschirms genug Zeug, was ich sauber machen muss und also vielleicht, wie gesagt, das ist eher so ein persönliches Ding, dass ich mir dann dachte, nee, das ist mir jetzt too much, auch weil es zu wenig, es war irgendwie zu wenig skaliert. Ich hätte mir auf diesem Spielplatz oder auf diesen größeren Flächen, aber Skatepark ist auch so, das ist ein Riesenareal, also da brauchst du zwei, drei Stunden, um das geputzt zu haben, so im Spiel. Da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht nicht einfach nur so mit Mark drüber geklatscht worden wäre. Also es ist ja einfach nur so ein Areal und es ist alles braun und dreckig und wie auch immer und du weißt, okay, darunter ist dann, wie du sagst, alles bunt, okay, cool, aber irgendwie, dass man da noch mehr Zwischenzustände reingebracht hätte oder dass man da vielleicht auch den Dreck noch besser gestaltet hätte, das ist auch sowas. Der ist schon eigentlich immer gleich. Klar, es gibt manchmal so Rostteile auf irgendeiner Regenrinne oder so, da funktioniert es nicht, wenn ich, da muss ich dann nochmal stärkere Dampfstrahlen benutzen und so weiter, aber es ist doch immer recht gleich. Also das Einzige, was ich wirklich, also das Einzige nicht, aber was mich wirklich dann bei der Stange gehalten hat, war wirklich, dass ich weiterspielen wollte, um zu sehen, was kommen jetzt noch für verrückte Umgebungen, die ich jetzt säubern darf. Aber dann wird auch schon viel ein bisschen wiederholt. Dann hast du den Fire Truck, dann hast du die Fire Station, dann hast du den Fire Helicopter, glaube ich, oder so. Das fand ich dann so ein bisschen langweilig. Also ich muss sagen, bei mir hat es eigentlich, also es hat schon funktioniert, dass ich mir dann so eine Session, kann ich mir schon vorstellen, so eine Session, ich mache eine halbe Stunde und dann schalte ich da irgendwie ab und komme runter. Aber da muss ich sagen, da hat bei mir zum Beispiel Unpacking viel, viel mehr funktioniert. Ja, ja. Ich muss gestehen, ich habe eine Wandlung durchgemacht. Als ich das Spiel, das hat mich jetzt tagelang begleitet, jeden Tag an unterschiedlichen Momenten meines Alltags, ist das in mein Leben wieder zurückgekehrt und eingetreten. Zu Beginn, ihr habt es ebenso wie du und ich wähle das gleiche Wort, ihr habt es richtig gehasst. Ich saß davor und dachte mir, ich habe es, also gefühlt, da habe ich sehr schnell verstanden, was hier passiert und was man so machen kann. Muss ich jetzt wirklich den kompletten Spielplatz putzen, liebe Spiel? Ist das wirklich jetzt dein Ernst? Und gleichzeitig merkte ich aber auch, wie mich wurmt, dass ich den Level womöglich beenden würde, aufgeben würde, bevor ich die 100 Prozent habe. Und das war so ein ganz schlechtes Gefühl von eigentlich will ich gar nicht. Aber eine Prozentanzahl zwingt mich auf eine unschöne Art und Weise, das eben doch zu Ende zu bringen, obwohl ich gar nicht will. Und ich saß sehr unruhig vor meinem Fernseher und dachte mir, ich will nicht, das ist jetzt schon furchtbar. Da draußen gibt es so viele tolle Spiele, die tolle Geschichten erzählen, die tolle Spielmechaniken haben, die Dinge mich erleben lassen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Warum? Warum muss ich dieses Spiel spielen? Und jetzt ist was Spannendes passiert und es ist tatsächlich ganz genau so. Je stressiger mein Alltag im Laufe der letzten Tage wurde, wegen unterschiedlichster Dinge, wegen Arbeit, wegen Privatem, keine Ahnung, desto mehr Spaß hat mir Powerwash-Simulator, das meine ich ganz ernst, also ich habe gemerkt, je nachdem, was für ein Tag da gerade so im Rücken war, auch vor allem, wenn ich dann mal abends gespielt habe, wenn der Tag richtig beschissen war oder auch einfach anstrengend, habe ich einen plötzlichen Spaß mit Powerwash-Simulator gehabt. Das fand ich an mir innerhalb so kurzer Zeit völlig faszinierend zu beobachten und kann das aber auch verstehen, das sind, glaube ich, recht naheliegende Analysen, auch warum dieses Spiel überhaupt so erfolgreich ist. Du hast es ja auch schon angerissen mit den Steam-Rezensionen, aber jetzt in meinem Fall dieses ganz einfache und stupide Säubern von Oberflächen, das hat mir eine Ruhe gegeben, die mir der Tag vorher nicht gegönnt hatte. Und das geht noch so weit, dass, wenn man mal drauf achtet, das Spiel hat keine Musik. Du hörst im Spiel nur Ambient-Sounds, wie Vögelgezwitscher, entfernt das Geräusch eines Rasenmäher oder so. Also klassische Kleinstadt-Geräusche, sage ich mal, idyllisch zurückgehalten und auch das Spiel selbst ist fast immer komplett unaufdringlich. Es gibt keinen Countdown, es gibt niemanden, der sich meldet bei dir und sagt, du drück mal auf die Tube. Höchstens meldet sich mal jemand und erzählt, was Story-relevant ist in Form einer kleinen Textnachricht, aber du kannst, wenn du magst, und das habe ich getan, im Garten oder wo auch immer im Spiel rumstehen und einfach nur dir mal den Schmutz und die Sauberkeit angucken. Du kannst wirklich nur das mal auf dich wirken lassen und überlegen, du, was für einen Aufsatz würde ich denn jetzt hier benutzen? Und niemand stresst dich. Da frage ich mich, ob überhaupt irgendjemand diesen Challenge-Modus jemals spielt. Es gibt ja einen Challenge-Modus, also wo du sagst, im normalen Spiel ist es so, dass du da eben keinen Zeitdruck hast und da hast du den dann. Also das widerspricht diesem ganzen Spielkonzept meines Erachtens, aber gut, ist ja cool, dass sie das mit drin haben. Ja, ich kann das schon, wie gesagt, ich kann das schon echt nachvollziehen und das ist halt so die Lust an der Banalität, am repetitiv Banalen so. Genauso finde ich, wenn man sich halt abends hinhockt und nach einem super stressigen Tag dann halt irgendwie Keeping up with the Kardashians oder sowas guckt, oder? Keine Ahnung. Und das steigt ja in so eine ähnliche Kerbe. Eigentlich noch schöner, wie du sagst, weil du wirst ja eigentlich gar nicht abgedenkt. Du hast diesen Sound und auch da muss man ja sagen, dieser Hochdruckreiniger ist ja in Real Life viel lauter. Ja. Das würde man sich jetzt eben nicht anhören wollen. Also wenn du da draußen stehst, da bist du ja auch, du wirst ja dreckig, du wirst nass. Das ist wie gesagt im Hochsommer ganz nice, aber ansonsten ja auch nicht. Du musst ja auch alles drumherum abdecken und so weiter und das ist einfach zu laut. Und also da willst du nicht länger als eine halbe Stunde eigentlich daneben stehen und das macht das Spiel auch sehr gut, dass es eben zwar, wie du sagst, diesen Sound aufgreift, der ja super monoton ist und dadurch auch irgendwie beruhigend, aber das auch nicht zu laut oder nicht zu aufdringlich, nicht, ja, diese Ruhe im Putzen eigentlich dann so gar nicht stört. Also es macht schon sehr schlau. Ja, es ist meditativ. Dann haben wir es schon gesagt, die Fortschritte werden ständig belohnt. Wenn du nur kleinste Steinchen in manchen Leveln sauber machst, bekommst du schon dieses Katsching, wo der Kapitalist in uns sagt, jawohl, mega geil, wieder im Sinne des Geldes gehandelt und das ist auch eine Belohnung. Das ist alles ganz toll gemacht und dann kommt noch obendrauf, und das hatte ich vorhin mal ganz kurz angedeutet, was ich dann irgendwann auch gemerkt habe und was mir so gut gefallen hat, es gibt im Spiel keine Skills, die du freischaltest, also sowas wie No-Scope-Wash oder sowas, dass du irgendwie jetzt hier Steine sauber machst, ohne hinzugucken, sondern du entwickelst die Fähigkeiten in der Wirklichkeit, also am Controller. Also was ich meine ist, wenn ich überlege, wie ich die Level geputzt habe vor ein paar Tagen noch und wie ich jetzt rangehe an die Aufgaben, dieses spürbare Weiterentwickeln der eigenen Fähigkeiten als virtuelle Putzkraft, das ist auch was Tolles. Also man merkt, man gelangt relativ schnell zu einer gewissen Meisterschaft in diesem Spiel und das ist auch eine Form von Befriedigung. Nochmal, die Freundin von mir, die dieses Spiel gespielt hat, innerhalb dieser einen Stunde, die wir da abends auf der Couch hier verbracht haben vor diesem Fernseher, wie schnell sie nicht nur gelernt hat, sich in diesem Raum zu bewegen, wie gesagt, als Mensch, der noch nie vorher in so einem Raum, in so einem digitalen Raum unterwegs war, sondern wie sie auch dann für sich so ganz schnell Wege gefunden hat, wie sie Oberflächen möglichst schnell sauber macht, wo sie zuerst anfängt, wie sie sich im Raum orientiert. Das hat auch bei ihr schon geklappt und das sind alles so Dinge, die da zusammenkommen. Das ist schön. Also das ist so diese ganze Ordnungskonzept-Geschichte, dass man quasi Ordnung im Spiel schafft und dann zugleich, aber wie du sagst, sich ja auch eine eigene Ordnung schafft mit dem Spiel quasi und auch in sich selber drin vielleicht Ordnung schafft, indem man das Spiel spielt. Also das ist schon sehr schön. Ja, und auch Ordnung, auch das fand ich faszinierend, wenn man mal genau hinschaut, die Flächen, die man da freilegt in diesen Leveln, die sind natürlich alle höchst unregelmäßig. Also wir sprechen von Steinen, von Holzwänden, von Fenstern mit Spiegelung. Da ist eine Menge was los. Aber wenn man dann mal vergleicht den Vorher-Nachher-Effekt, auch gerne mitten im Level, merkt man, man stellt wortwörtlich Ordnung fürs Auge her, weil der Dreck, der über allem liegt, der ist ungleichmäßig. Da gibt es mal dunklere, mal hellere Flecken und dann wirkt alles plötzlich so aus den Fugen geraten. Und wenn du sauber machst, ist natürlich der Level immer noch unregelmäßig, weil die Strukturen unregelmäßig sind, aber die Sauberkeit ist plötzlich dieses Verbinden-Element. Das ist ganz schwer zu sagen. Vielleicht kann ich tatsächlich appellieren an diese Erfahrung, die wir hoffentlich alle schon mal gemacht haben, wenn man die eigene Wohnung putzt. Und nehmen wir mal das Bad und das Waschbecken. Wenn man das Waschbecken in der eigenen Wohnung putzt, dieses, man guckt ja vorher aufs Waschbecken und jetzt weiß ich nicht, wie die Wohnungen bei uns jeweils so aussehen, aber es sieht ja selten aus, als würde man denken, um Gottes willen, wenn ich mich hier dran schneide, schnerbe ich, sondern es ist halt so ein bisschen dreckig. Aber man guckt jetzt nicht drauf und denkt so, oh Gott, meine Welt fällt zusammen. Und dann putzt man das aber und denkt sich, um Gottes willen, so sehen Waschbecken aus, wenn sie sauber sind. Und dieser kleine Wechsel von, ja, es fällt ein bisschen dreckig zu, um Gottes willen, das ist ja Reinheit in Porzellanform. Das ist so was Befriedigendes und bringt diese Ordnung ins Spiel, die, wie gesagt, dieses Spiel ja auch so wunderbar, also faszinierend macht. Man schafft sich die Ordnung im Level und hinterlässt ja auch auf eine Weise so die eigenen Spuren. Das ist ja wie so ein Fußabdrucksimulator auf eine Weise, man kann auf sein Werk zurückschauen und denkt sich so, hier war ich, hier habe ich gewirkt. Die Welt wird sich bis zum nächsten Ekelsturm an mich erinnern. Ja, und das unterstreicht die Spiele ja nochmal, indem es am Ende jedes Jobs dann nochmal so ein kurz, so ein bisschen im Zeitraffer, dein eigenes, also aus der Außenperspektive, als würde jemand quasi eine Kamera draufhalten auf diese Szenerie und dann kann man nochmal zugucken, wie man eben da als Putzmensch da so akrobatisch hin und her läuft und auch das fand ich total schön, weil das sah ich dann das erste Mal, ah okay, das ist wohl meine Putzroutine. Schön, habe ich mir in dem Moment gar nicht, war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe das dann doch irgendwie immer auf sehr ähnliche Arten und Weisen gemacht, also welche, ob ich von den Details ins Allgemeine kam oder umgekehrt oder so, also sehr schön zu beobachten. Ja, da habe ich mich auch sehr wiedererkannt bei meinen Umzugsputzereien, dass ich da wirklich, wie diese Rückblenden dann gezeigt haben, ich da wirklich, also ich bin rein in den Level, habe angefangen penibel an Ecken zu arbeiten, habe dann irgendwann die Geduld verloren und Verzweiflung gewonnen und bin dann in den Level hineingestürmt und habe plötzlich random Gegenstände sauber gemacht und dann guckte ich mich um und dachte mir, oh shit, ey da hinten muss ich eigentlich auch noch machen und dann bin ich so wie so eine Mücke gefangen in der Küche, wo die Fenster wieder geschlossen sind, von so Ecke zu Ecke gelaufen, hier mal so ein bisschen, da so ein bisschen und jeden Level im Grunde weinend dann zu Ende gebracht. Das ist meine Putzroutine. Ja, also ich bin auch um die großen Flächen bin ich erstmal so rum und habe dann auch alles was irgendwie Details, irgendwelche Blumenkästen oder Steine oder so waren das Erste, weil das war schön überschaubar. Das Spielzeugauto oder sowas, mein Kleiner dann gemacht, da habe ich noch zu Ende gemacht und dann eben, dann, oh Gott, die Hauswand, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Boden und, oh ja. Ich muss aber sagen, rückblickend, du hast ja auch auf der Konsole gespielt. Nee, ich habe es am PC gespielt. Ach, guck mal, da kann ich mich noch mal fragen. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich habe mir da so ein bisschen was geraubt, weil klar, zum einen cool, der Playstation-Controller hat wie gesagt diesen Widerstand, das fühlt sich an, als würde ich einen echten Trigger da runterdrücken, aber ich, wenn ich mir dann so Videos angucke von Leuten, die es am PC gespielt haben, das fühlt sich doch noch mal eine ganze Spur organischer an, weil wenn du eben auf einem Controller versuchst, so wellenartig zum Beispiel mit so einem Hochdruckreiniger Oberflächen zu putzen, es ist doch hakelig. Also es fühlt sich nicht so natürlich an, wie wenn man mit der Maus spielt. Ist das ein Eindruck, den du bestätigen kannst? Ja, absolut. Also ich habe jetzt keinen Vergleich gemacht, aber kann ich mir total vorstellen. Also das hat super funktioniert. Also das fühlt sich richtig gut an und ich habe wirklich einfach auch bei diesen, bei großen Flächen an der Hauswand habe ich einfach mal so drüber laufen lassen, wenn ihr euch jetzt vorstellen könnt, was ich jetzt gerade vor meinem Bildschirm für eine Handbewegung mache. Eine Wellen, mehr Anderen der Handbewegung so und bin da einfach mal so drüber und das hat sich gut angefühlt. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit diesem Spiel und dem Entwicklerstudio. Die lienen jetzt komplett rein in diesen Erfolg von diesem Spiel, nicht nur mit den DLCs, die sie nach und nach veröffentlichen, sondern auch auf der Webseite von Future Lab. Ich habe mir, wie gesagt, das nochmal angeguckt. Wie sie so nach außen treten in ihrer eigenen Darstellung und mein Gott, also überall, also ich habe die Webseite hier gerade wieder vor mir, stehen dann so Dinge wie unsere Spiele driven by feeling, also wirklich angetrieben vom Gefühl oder less intense but never mild, also weniger intensiv, aber niemals stumpf und das sind so die Slogans und dann gucke ich nochmal aufs Portfolio und wie gesagt, Leute, ihr habt 2010 Coconut Dodge entwickelt. mit anderen Worten, man merkt einfach, das Spiel war auch für das Studio natürlich so ein Erfolg, die komplette Corporate Identity, wenn man so will, zieht sich jetzt auf an diesem Erfolg und plötzlich ist die ganze Firma eine, die sagt, wir machen meditative Spiele und uns war schon immer wichtig, dass man entspannt, aber nicht einschläft beim Spielen. dann denke ich mir wirklich, also als ich mir zuletzt Coconut Dodge angeguckt habe, das war ziemlich aufregend. Ja, ich meine, sie können das ja auch wirklich noch aufblähen, aufblasen, also ohne das negativ zu meinen, wie wir auch schon gesagt haben, wenn sie dann vielleicht auch noch ein bisschen spielmechanisch da noch was hinzufügen oder so, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert, also auch jenseits der Pandemie mal, das sind ja, das sind ja, das sind ja Spiele, die funktionieren, ja wahrscheinlich für viele Menschen einfach. Und du kannst halt noch so viel damit machen, das finde ich so faszinierend, stell dir mal vor, natürlich muss ich sofort in diese Richtung rennen, aber stell dir mal vor, Mittelalter. Ja. Ah, Moment mal, Mittelalter und Hochdruckreiniger, ach, ich merke gerade, ich habe nicht weit genug gedacht, aber dann tue ich trotzdem so, dann nehmen wir einfach Zeitreise, sagen wir mal so, womöglich spielt das sogar in dieser Rahmenhandlung ohnehin eine Rolle, also ihr merkt, Baby-Win-Wie total, angenommen wir sind mit einer Zeitreise ins Mittelalter mit dem Hochdruckreiniger, ist aber wie cool, wäre das denn? Nehmen wir hier irgendwie so eine mitteleuropäische Großstadt im Mittelalter und die darf man mal richtig sauber machen und die Leute sagen, was ist denn hier los? Das ist ja supergeil, so sehe ich also aus. Also das, das, also da kann man noch so viel mitmachen, aber die Frage ist, machen sie es? Ja. Ja, also ich kann mir auch einiges, also ich habe direkt so einige Wunschszenarien auch in meinem Kopf gehabt, weil ich mir dachte, oh das würde ich auf jeden Fall noch spielen wollen. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel in die Richtung vielleicht Boldes Gate, so kann man ja auch so den Club machen oder so, da ist es ja auch recht dreckig ab und an so in der, in der, in der Großstadt, Boldes Gate und ja halt dann auch irgendwelche, irgendwelche Movie-Geschichten vielleicht oder so, ja was weiß ich, du hast schon eine Gandalf erwähnt, wirklich irgendwie Herr der Ringelbruchtal oder so oder was weiß ich, irgendwie, also da gibt es ganz viele Universen, in die man da rein kann, die, die wieder ihre eigene Fanbase haben, die man dann wieder dadurch erreicht, also das ist schon, das war schon eine gute Idee so. Ja, also die haben auch tatsächlich für dieses Jahr schon ihre Roadmap veröffentlicht, jetzt habe ich sie klugerweise natürlich weggeklickt, ich öffne sie gerade mal wieder, die ist noch relativ, ich sage mal, mysteriös gehalten, aber man bekommt schon eine Übersicht, was sie noch in etwa geplant haben, ich scrolle und scrolle, verzweifelt, ich habe es gefunden, und zwar dieses Jahr kommen auf uns noch zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Updates, sage ich mal, einige davon sind tatsächlich Free-Content-Updates, das sind die unter anderem sogenannten Muckingham-Files, also Muckingham, wie gesagt, so heißt die Stadt, in der wir da spielen, und das scheinen dann so Story-Weiterzählungen zu sein, wo dann nochmal so Story-lastig man wieder in irgendwelche kleinen Areale reingeht, Dinge putzt, und drumherum wird diese B-Movie-Geschichte so ein bisschen fortgeschrieben, oder womöglich sogar nochmal eigene Charaktere vorgestellt, keine Ahnung, und dann gibt es aber auch noch Paid-DLCs, zwei Stück werden noch kommen, der erste dieses Jahr war dieser Warhammer 40k, von dem ich schon erzählt habe, wo man Panzer putzt im 40. Jahrtausend, es sollen aber noch zwei weitere kommen, und da habe ich auch schon gelesen, die Community hat schon gemutmaßt, dass zum Beispiel ein Five Nights at Freddy Co-Opting kommen könnte, also, dass man dann wirklich in diesem Horror-Klassiker, diese Pizzeria, oder was auch immer, bei Nacht mit diesen gruseligen Animatronics sauber machen kann, und ohne Witz, da stehe ich schon wieder begeistert auf der Matte, da denke ich mir, wie cool ist das denn, weil das erfüllt so eine Fiktion, ich weiß nicht, ob du diese Faszination teilen kannst, dass du Level oder eher Spielwelten, die du gut kennst, plötzlich aus einer anderen Perspektive kennenlernst, also diese Frage so, was passiert, wenn die Heldengruppe mit dem Dungeon fertig ist, wer räumt hier eigentlich auf, das ist so eine faszinierende Vorstellung. Genau, genau, so Tatort-Reiniger-Mäßigkeit. Ja, genau. Absolut, also würde ich auch, wie gesagt, mir fallen auch echt sofort ein paar Dinge ein oder ein paar Szenen ein oder so in Spielen, in Filmen, aus Büchern vielleicht, wie geil, die ich sofort nachspielen wollen würde. Ja, also wirklich, ich bin auf eine Weise, muss ich sagen, froh, dieses Erlebnis jetzt mal gehabt zu haben, es ist ein Spiel, das mich wirklich überrascht hat, ich hätte vorher locker gesagt, ich verstehe recht schnell, warum das Ding faszinierend ist, warum das erfolgreich ist, aber ich glaube nicht, dass ich da einen Zugang zu finde, aber dann, wie gesagt, stellte sich heraus, wenn man sich mal drauf einlässt und auch die passenden Rahmenbedingungen hat, wie zum Beispiel in meinem Fall den stressigen Alltag im Rücken, entfaltet das Ding seine ganze Faszination wegen diesem befriedigenden Saubermachen und den Leveln, die man da nach und nach von Druck, von Druck, von Dreck befreit und eben auch dieser ungestörten Spielerfahrung, dass da niemand sagt, hier, hallo, Herr Schott, Zeit drängt ab zum nächsten Tatort, sondern man darf einfach sein und man darf einfach putzen. Wobei ich echt so ein bisschen die Endschreckung gehen muss, also für mich persönlich, dass ich, also ich glaube, ich werde es auch weiterspielen in so kurzen Sessions, vor allem, wenn dann jetzt neue Gebiete noch irgendwie dazukommen oder so, die mich halt einfach interessieren, weil du sagst, Tomb Raider hatte ich halt direkt so einen nostalgischen Anfall, aber die, also viele Szenerinnen, glaube ich, würde ich gar nicht weiterspielen wollen, weil wie gesagt, also ich habe eher dieses Ding, das ich jetzt nicht, also ich finde es schon auch entspannend, aber ich habe, also ich habe einen sehr viel schwierigeren Zugang da gefunden, also bei mir ist immer noch so ein bisschen dieses Ding, dass ich dann auch doch mich oft eher genervt gefühlt habe davon oder eher eben, wie gesagt, in so eine Art von Überforderung reingegangen bin, dass ich nicht verstanden habe, warum muss ich jetzt hier was machen, also warum verschwendest du jetzt hier gerade meine Zeit, liebes Spiel? Also muss ich ehrlich sagen, also auch bei Tomb Raider bin ich jetzt noch nicht bei 100 Prozent, also ich habe angefangen, ich fand es cool, ich habe mich umgeguckt und so, aber damit ist es doch schnell auch durch, weil das sind ja wirklich keine großen Areale, also ich kann vor allem, zumindest die, die ich jetzt gespielt habe, ich kann nicht wirklich irgendwo reingehen zum Beispiel, also das fand ich jetzt, also ist ja auch nachvollziehbar irgendwo, weil wäre auch wieder super aufwendig und so weiter, aber also da müsste jetzt dann doch mittelfristig für mich ein bisschen mehr anbieten, als einfach nur, in Anführungszeichen, als Hausfassaden sauber machen oder halt irgendwelche Einzelobjekte, damit ich dann, glaube ich, länger dranbleibe und damit eben meine Antipathie, die dann irgendwie aufkommt in diesen Momenten, dass ich mich eher überfordert fühle, damit die dann irgendwie so überwunden werden kann, aber vielleicht bin ich da auch allein auf weiter Flur mit dem Gefühl, weiß ich nicht. Ich bin jetzt neugierig geworden auf dieses Whistlecreen-Clean-Up-Detail da, von dem ich schon erzählt habe, das nochmal ein bisschen anders ist, wo auch mehr Action los ist und so weiter, aber das hat mir jetzt auf den Geschmack von diesen Putzspielen gebracht tatsächlich. Ein paar da draußen gibt es ja, nicht so viele, aber wie gesagt, es lohnt sich da mal, sich umzuschauen. Schön, schön. Ja, ich bin ein großer Fan von Graffiti-Spielen zum Beispiel. Oh ja. Das könnte man dann auch noch so verbinden oder so. Erstmal genau hier. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir rufen an dieser Stelle die Menschen da draußen auf, nicht nur zu sagen, was sie von dieser Folge und unserer Besprechung halten, sondern vor allem auch zu teilen ihre eigenen Erfahrungen mit den heimischen vier Putzwänden und ihren Erfahrungen, falls sie die gemacht haben, mit dem Powerwash-Simulator. Das würde mich persönlich auch ganz besonders interessieren, ob ihr da draußen so einen Zusammenhang herstellen konntet aus eurer privaten Putzbegeisterung und dem Putzen im Spiel, wie ich es jetzt hier neben mir auf der Couch erlebt habe oder das eine komplett andere Welt ist. Das würde mich brennend interessieren. Damit ab ins Forum mit diesen Anregungen und ansonsten vielen Dank da draußen fürs Zuhören, fürs Gespannte mitfiebern, welche Oberflächen wir alle gesäubert haben und dir natürlich, Nora, auch ein ganz großes Dankeschön für, wie sage ich denn, das Hochdruckreinigen hier gemeinsam mit mir. Dankeschön. Danke fürs Putzen gemeinsam. Tschüss.